Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach mit diesen Dingen einen Pop-Schutz für euer Mikrofon bauen könnt. Los geht's! Ihr benötigt einfach einen alten Strumpf und ein Stück Draht, das etwas länger sein sollte, um wirklich die gewünschte Form biegen zu können. Am Ende habe ich hier mit der Zange noch einen kleinen Haken reingebogen. Das seht ihr dann, für was ihr den noch braucht. Ihr nehmt dann einfach das Stück Draht und biegt es kreisförmig. Am Ende habt ihr ja den Haken und den hakt ihr dann am anderen Ende des Drahtstücks ein. Am besten lasst ihr noch ein längeres Stück über, um damit den Pop-Schutz irgendwo zu befestigen. So, dann habt ihr schon das Grundgerüst für den Pop-Schutz und dann müsst ihr nur noch den Strumpf nehmen. Meistens ist oben noch ein etwas engeres Stück. Das müsst ihr dann halt einfach abschneiden und dann stülpt ihr den einfach über den Kreis drüber. Am besten ganz straff gespannt, dass keine Falten oder so mehr im Strumpf zu sehen sind. Jetzt sieht das schon etwas nach einem Pop-Schutz aus, aber ihr seht am Ende steht noch etwas von dem Strumpf über. Das könnt ihr natürlich mit der Schere noch abschneiden. Jetzt habe ich das Ende vom Draht so gebogen, dass es wie ein Standfuß funktioniert und habe es einfach vor das Mikrofon gestellt. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Testaufnahmen, wie das mitten im Pop-Schutz und wie es ohne klingt. Peter, 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 Peter. Ich hoffe natürlich, dir konnte dieses Video ein bisschen weiterhelfen und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder abonniere doch diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. An der Seite gibt es noch mehr Videos und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.